Also wenn du kopiert wirst, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg, also von dem her. Und das andere ist halt einfach, du musst halt einfach getrieben sein, dass du halt immer einen Schritt weiter bist. Also bis dann die Leute so weit sind, dass sie das, was du machst, nachmachen können, bis du schon wieder einen Schritt weiter machst, was Neues. Hallo, herzlich willkommen bei Timos Talk und herzlich willkommen beim ersten Talk in der Staffel Nummer 2. Du merkst, wir sind in einem neuen Setting bei mir in meinem YouTube-Studio an der Froscherkasse. In Zürich. Und weil es vorher so schön draußen war im Garten, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt und hier auch für die Staffel Nummer 2 so ein lauschiges Blättchen. Und ich freue mich sehr auf meinen ersten Gesprächsgast. Das ist Marc Menden. Er ist Inhaber, Gründer, Geschäftsführer vom Mad Hairstyling. Er ist eigentlich Friseur oder Quaffeur, wie wir sagen, aber ein wahnsinnig innovativer Mensch. Er war bestimmt einer der Ersten auf Social Media. Er war auch einer der Ersten, die wirklich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich auch an Social Media gearbeitet hat, ihnen gezeigt hat, was das bringt und diese auch effektiv involviert. Also bin ich davon überzeugt, dass du wahnsinnig viele Takeaways, Insights auch für dein Business, egal ob das so klassisch ist wie eben Friseur, Maurer oder was es auch immer alles gibt oder für dich als Personal Brand. Ich glaube, da kann man von so einem innovativen Menschen wie Marc wahnsinnig viel lernen. Denn ich weiß beispielsweise noch und ich war halt auch sehr kurz, ich weiß noch, ich war Anfang 20 und bin in eine Bar eins trinken gegangen und dann war da so ein Mann, ich fand den sehr sympathisch und der hat da eigentlich noch alleine, ich glaube, du warst da, vielleicht an dem Abend warst du alleine, warst du da und hast einfach den Menschen, die da einfach was trinken wollten, mal kurzerhand die Haare geschnitten und hast so eigentlich, wann war das? Ende 90er Jahre, Mitte 90er Jahre, eigentlich so ein Pop-Up-Store-Prinzip schon mal so eingeführt und mittlerweile berätst du andere Friseure, du bist Oberstar Coiffeur International, also Fashion Director nennt sich das, gibt es Trends vor und ich glaube, die Themen, wie ihr seht, die sind wahnsinnig mannigfaltig. Marc, wenn man in so einer Branche tätig ist wie du, wie kriegt man das hin, dass man immer wieder so beweglich und agil ist? Wie führst du deine Firma? Vielleicht das als perfekte Einstiegsfrage. Ich frage immer wieder mal nach dem Warum. Warum machen wir das? Warum oder wie habe ich angefangen? Die Grundlage vom Ganzen, da gehe ich mir wieder zurück, gerade in dieser Zeit jetzt, stelle ich mir die Frage oft, weil halt so viele andere Sachen rundherum sind, die uns beeinflussen und dementsprechend ist das Warum, warum mache ich das oder für wen mache ich das auch, ist für mich eine entscheidende Frage und dann kommen die anderen Sachen automatisch dazu. Und was ist die Antwort? Das Warum ist natürlich, weil ich meinen Beruf und das, was ich mache, extrem liebe. Ich bin in der zweiten Generation Friseur mit Fleisch und Blut, stehe ich dahinter, aber ich finde halt einfach, dass man mehr daraus machen kann, wie einfach nur Haare schneiden. Aber jetzt haben ja sehr viele, die angefangen haben wie du, eigentlich als One-Man-Show, wenn man so will. Und jetzt mittlerweile hast du wie viele Mitarbeiter? 40. Also ist das, 40 ist ja echt, das ist ja eine krasse Nummer, herzliche Gratulation. 40 Mitarbeiter in 30 Jahren, da verrägst du. Aber wenn man Mitarbeiter führt, dann kommt man ja oftmals gar nicht mehr dazu, wirklich seinen Beruf auch auszuüben. Du schneidest noch und bist nicht nur Chef und Organisator. Ja, ich schneide noch, wenn auch nur an einem Tag in der Woche. Aber das ist so die Basis, die will ich behalten. Den Kontakt zu dem, was effektiv ist, das ist für mich das Wichtigste. Und ich bin auch immer wieder mal überlegen, ob ich da wieder mehr machen soll, kann, will. Aber weil halt so viel rundherum läuft und so viele spannende Sachen am Laufen sind, muss ich mich ganz fest einteilen. Und das ist mit gutem Essen, das, was man gerne hat, soll man nicht zu häufig essen. Darum mache ich das halt einmal in der Woche nur. Aber ich hoffe, du isst noch ein bisschen mehr als nur einmal in der Woche. Ich versuche es. Jetzt bist du eigentlich ein Paradebeispiel eben für klassische Handwerker, wie sie sich anders verkaufen können. Was war denn da das Geheimrezept, dass man überhaupt in so eine Situation gekommen ist, dass man jetzt, wie viele Läden? Vier. Vier Läden, 40 Mitarbeiter. Wie hast du das hingekriegt? Naja, eigentlich jeder Laden ist zu mir gekommen. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt zehn Läden auf und mache eine Kette oder irgend so was, sondern es hat sich immer wieder dazu hin entwickelt und es hat entsprechende Situationen gegeben, wo ich dann einfach gesagt habe, das stimmt nicht jetzt für mich und jetzt mache ich das einfach. Also so habe ich dann irgendwann mal halt eine Bar und Friseursalon gehabt, weil vier Leute gesagt haben, du musst den Laden nehmen mit der Bar drin. Dann haben wir das halt mal zehn Jahre lang gemacht oder halt jetzt das neueste Baby. Das war gar kein Pop-Up-Store. Das war quasi, ich bin in deine Bar, wo du halt einfach auch... Ah, okay. Ja, wobei, das war in der Drinksbar. Da haben wir dann die Vollmond-Hair-Stylings gemacht. Da waren wir auch schon auf Tour. Also angefangen haben wir auf jeden Fall mit raus aus dem Laden, in Clubs, in Bars, irgendwo am Zürichsee, sich ein bisschen unter die Leute mischen und da halt das Styling oder halt eben Haarschnitte machen. Da ist dann später auch die Flechtwerkstatt draus geworden. Darüber sprechen wir noch. Wie wichtig war das, das unter die Leute gehen? Extrem wichtig, weil ich habe einen Laden an einem Ort aufgemacht, wo eigentlich keine Passanten waren, wo niemand einfach so hinkommt per Zufall. Also war mir klar, ich muss da raus. Und ich habe im ersten Jahr, haben wir damals noch rund 100.000 Flyer von Hand verteilt. Ich war jeden Donnerstag, Freitag, Samstag vor irgendwelchen Clubs, habe die Flyer verteilt, vor Kino am See und so weiter. Damals noch mit meiner Frau ein Kind im Kinderwagen, haben wir dann, standen wir da, ausgeteilt. Und am nächsten Morgen stand ich dann im Geschäft und habe die Telefonnummer angenommen für die Termine. Also wir mussten wirklich von Null anfangen und haben halt immer mit lustigen Werbebotschaften das Ganze eigentlich angetrieben. Und geschenkt wird dann nichts, oder? Nö, also es gibt ja in der Schweiz ganz viele Salons und die kochen alle mit Wasser, wie ich immer sage. Aber schlussendlich der Unterschied ist halt, wie du auf die Leute zugehst, wen du ansprechen willst. Und mir war es halt wichtig, dass wir nicht wie ein Friseur rüberkommen, sondern halt, dass du zu einem Freund nach Hause gehst oder an einem Stammtist sitzt. Also ich habe die Leute zu mir in die Stube eingelassen, so wie du das jetzt hier darstellen tust, dass es einfach gemütlich ist und das ist wichtig. Aber um in eurem Jargon zu bleiben, ist es ja ein bisschen gegen den Kamm gebürstet. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, antizyklisches Verhalten, wie man so schön sagt, ist eigentlich das A und O von Bestehen in jeglicher Situation. Und wie hast du das gelebt? Indem immer dann, wenn andere sagen, okay, ich mache jetzt weniger oder ich halte mich zurück, dass ich nochmal eine Schippe draufgelegt habe, was Neues oder was anderes angefangen habe und dann halt so eigentlich irgendwelche Krisen in Anführungszeichen halt auch überlebt habe. Weil nach 30 Jahren hast du schon einige Ups und Downs hinter dir. Du bist nicht immer einfach nur erfolgreich, sondern du musst dich immer mal wieder aufrappeln. Das ist ganz wichtig. Was war so ein heftiges Down? Ich musste mal ein ganzes Team entlassen, weil sie jemanden gemobbt haben und ich einfach nicht mehr hinter den Leuten stehen konnte, weil sie das untereinander gemacht haben und habe dann halt die schwere Entscheidung gefällt, für die neue Stellen zu suchen und ein ganz neues Team anzufangen. Von null eigentlich dann wieder in dem Laden. Und das ist ein Rieseninvestment. Und du hast nicht gedacht, da gibt es eine andere Lösung, sondern gerade wirklich Tabula Rasa? Wir haben auf jeden Fall erst alles andere probiert, ganz klar. Ich habe mit den Leuten geredet, aber das war dann schon das zweite Mal. Und dann habe ich gesagt, hör zu Leute, das hat keinen Sinn mehr. Wenn ihr zusammen so in der Konstellation keine andersartigen Leuten zulasst, also es war ein ganz klares Schulmobbing, dann ist das für mich das Ende. Was war das Learning daraus? Das Team ist entscheidend wichtig. Teamarbeit ist immer wieder wichtig und zwar nicht erst, wenn es eine Krise ist, sondern von Anfang an. Ich glaube, das kann man auch mitnehmen. Also von Anfang an heißt bereits im Recruiting dann? Beim Onboarding, wie man so schön jetzt auf Neudeutsch sagt. Was ist das denn? Die Einführung von neuen Mitarbeitern. Also der erste Arbeitstag? Nicht nur der erste, die ersten drei Monate sind entscheidend für das spätere, was dann passiert. Ich glaube, so wie ich meinen Laden führe bei Corp Media, finde ich nur schon das Menschen der Erwartungshaltung mit im Bewerbungsgespräch wahnsinnig wichtig. Ja, das ist natürlich immer so, wenn du mit Leuten, die dir sympathisch sind etc. dann anfängst zu reden und denen erklärst, was du machst, finden die das alles cool und schön. Die haben ja auch inzwischen ein Bild von dir. Also es gab Zeiten, da kamen die Leute beim Bewerbungsgespräch gefragt, ja und wenn man bei euch arbeitet, kriegt man dann eine Memberkarte von dem und dem Club. Also wir haben halt dann schon ein Image vorgelegt und jeder will dabei sein und das ist dann schwierig, dann das rauszufiltern. Und ich sage halt einfach, du musst in den drei Monaten so drei Kriterien erarbeiten, erfüllen. Das eine ist, du musst dich mit dem Konzept, mit der Philosophie einverstanden erklären, muss sie leben wollen und das braucht eine Zeit, bis das alles erfasst. Die Teamintegration ist mindestens so wichtig und halt, na klar, finanziell, die nominellen Ziele müssen auch erreicht sein. Und diese drei Sachen, die kann man nicht einfach an einem Bewerbungsgespräch einfach so rausfinden. Das geht nicht. Aber für die nominellen Ziele bist du in der Akquise verantwortlich, mit der Werbung und so weiter und so fort. Jein. Es geht natürlich schon auch darum, man merkt relativ schnell, ob sich jemand einsetzen kann und aus wenig mehr macht. Und das ist ja eigentlich immer das Entscheidende. Also, wir sind ja nicht nur einfach Vollfüller von irgendwelchen Bedürfnissen. Es ist ja nicht nur ein Grundbedürfnis, einen Haarschnitt zu haben, sondern das geht ja um mehr. Und wenn man das mehr nicht machen kann oder nicht leben kann, dann funktionierst du nicht. Dann bist du unter ferner Liefen und bist austauschbar. Ja, aber jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, der schneidet ja nur Haare. Das stimmt. Und dann habe ich da euer geiles App und so weiter und dann tippe ich da drauf, sag einmal Haare waschen, Föhnen, Dingens und dann die nominellen Ziele, die gebe ich ja dann vor, nicht? Also, dann ist wie klar, okay, ich habe irgendwo über einen Touchpoint von deinem Geschäft erfahren und bin dann da draufgegangen auf das Online-Tool und mache da Klick. Und wie hat er einen Einfluss oder sie? Ja, da wechselst du natürlich jetzt die Seite. Wenn du vom Friseur ausgehen kannst, du kannst einfach reinkommen und sagen, ich will einen Haarschnitt und dann schneide ich die Haare, dann gehst du wieder raus, das war's. Dann bist du austauschbar oder gehst du morgen woanders hin. Oder du kommst mal hin und man versucht, einen Stil zu erfassen, ein Image aufzubauen, manchmal auch einen Imagewechsel zu machen und dich als Mensch zu erfassen und dementsprechend halt zu begleiten mit der ganzen Geschichte. Und das ist dann der Unterschied zwischen guten und geschlecht? Das ist ein Unterschied, ganz klar. Das ist auch die preislichen Unterschiede, wo es dann hingeht, wo soll die Reise hingehen? Muss ja im Prinzip immer mal erst die Idee sein. Und ich meine, ich habe Kunden, die begleiten mich jetzt ihr Leben lang. Ich habe gesehen, die waren Kinder von irgendwelchen Kunden, die haben selber Kinder jetzt. Die Kinder kommen jetzt auch zu mir. Nach 30 Jahren hast du ein Leben begleitet. Und wir sind ja der einzige Berufsstand, der Leute begleitet, nicht nur, wenn sie krank sind, sondern im Gegenteil, wenn es ihnen gut geht und wenn sie rauslaufen, noch besser geht. Und so erfährst du ganz viel über den Leuten. Und ich glaube, da zu einem fixen Friseur zu gehen, ist doch was anderes, als irgendwie nur schnell rein und raus. Aber ist das nicht ein bisschen too much? Beispielsweise, ich war mal mit einer Friseuse zusammen, und zwar mit einer guten. Und für sie war das auch nicht ganz einfach. Da bist du ja die ganze Zeit mit den Händen an dem Kopf und über den Kopf kommen ja all diese Schwingungen raus. Und wenn du dann auch noch ein bisschen mit einem spürigen Mann spielst, dann kriegst du wahnsinnig viel mit. Hat man am Abend manchmal so ein bisschen ein Brain-Fuck von all dem ganzen Zeug? Es ist natürlich auch ein Teil von deiner professionellen Haltung, dass du lernst, damit umzugehen. Und ich denke, jetzt gerade in der jetzigen Zeit hat man gemerkt, dass doch viele Leute das sehr, sehr mitnehmen und dass die da ein bisschen zusätzlich Hilfe brauchen. Meine Hilfe ist mein Hund. Ich gehe natürlich dann nachher raus und habe eine Stunde nach Hause laufen. Und das löst den Kopf. Genau. Das ist ganz wichtig. Man muss was anderes noch dazu haben, um auch mal ein bisschen Abstand zu nehmen von der ganzen Geschichte, die da gerade läuft. Jetzt waren wir vorher bei einem ganzen innovativen und immer einen Schritt voraus und die ganze Zeit so ein bisschen in Bewegung und am Ball und mal in Clubs und dann eben vom Cinema und so weiter und so fort. Und dann sind wir ja über das Team gekommen, wo du gesagt hast, ja, die müssen das auch leben und so weiter. Wie gibst du das deinen Mitarbeitern mit? Wie kriegen die, wie impfst du diesen Spirit? Wie macht man das? Ja, also ich glaube, da gibt es nicht irgendwie ein Rezept oder sowas. Ich glaube, am Anfang muss man wirklich erstmal selber eine klare Idee von einem Konzept haben, was man will, was für eine Atmosphäre will man erreichen. Und es sagen ja alle, wir wollen anders sein wie die anderen. Am Schluss kochen alle mit Wasser. Aber was ist denn das andere schlussendlich? Und das große andere, denke ich, ist halt schlussendlich auch die Stimmung. Die Leute wollen irgendwo dazugehören. Genauso, warum gehst du in den Club oder in eine Bar oder in den Theater etc.? Weil du irgendwie zu einer Gruppe dazugehörst, wo du da hingehen tust, du triffst da Leute etc. Und ich bin vom Friseur ausgegangen, ich habe immer gesagt, ich will der Dorfquafeur von Zürich sein. Ich habe so ein Bild von einem kleinen italienischen Dorf, wo immer am Samstag das ganze Dorf vor dem Friseursalon saß und alle saßen da und quatschten, was im Dorf gelaufen ist etc. Und der Friseur stand da und hat geschnitten. Und genau so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich habe nicht einen zu mir eingeladen, sondern habe gesagt, kommt gleich, kommt mit mehreren zusammen. Das war dann ganz lustig in der Bar, die wir hatten. Wir haben dann drei, vier, fünf, sechs Termine gleichzeitig gemacht. Die kamen dann zusammen, die haben an der Bar bestellt, haben einen schönen Abend zusammen gehabt und ich habe die ganze Zeit Haare geschnitten. Das, was ich gerne mache mit den Leuten. Und es war eine super Stimmung immer. Und aus dem raus ist vieles entstanden. Auch jetzt wieder, wenn man den Leuten sagen, während dem Lockdown, ihr könnt nicht nirgends hingehen. Du kannst in eine Bar, kein Restaurant, aber du kannst zu zweit zum Friseur gehen. Gehst mit einer Freundin zusammen, zu deinem besten Friseur und hast da eine gute Zeit. Wo sonst kannst du das noch machen? Also wir nutzen das auch immer genau auf der Situation, das, was wir machen wollen. Jetzt hast du immer wieder Innovationen vorangetrieben. Du hast beispielsweise die Flecht-Werkschaft, hast du erwähnt. Für mich war auch das das erste Mal, wo ich so ein quasi Shop-in-Shop-Konzept mit irgendwie Beauty und dann noch Bar oder Kaffee gesehen habe. Du wirst ständig kopiert. Und jetzt aktuell logischerweise natürlich auch, durch das, dass du Fashion-Director bist, lässt du dich ja auch quasi auch per Definition kopieren. Wie gehst du damit um und wie bist du früher damit umgegangen, dass du wie quasi als erst deinen Club schneiden gegangen bist und dann haben alle nachgezogen und jetzt hast du mit Flechtfrisuren einen richtigen Trend gesetzt, der sich auch international ziemlich ausgebreitet hat. Wie gehst du damit um? Wie war das früher? So Faust im Hosensack? Eigentlich ist es ja das größte Kompliment, was dir passieren kann. Also wenn du kopiert wirst, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Also von dem her. Und das andere ist halt einfach, du musst halt einfach getrieben sein, dass du halt immer einen Schritt weiter bist. Also bis dann die Leute so weit sind, dass sie das, was du machst, nachmachen können, bis du schon wieder einen Schritt weiter und machst was Neues. Weil es hat ja so viele Ideen, die da rumliegen. Und ich sage immer, ich habe zehn Ideen und wenn ich vier davon realisiere, dann mache ich doppelt so viel wie die meisten anderen. Also das ist halt irgendwie die eine Geschichte. Und das andere ist auch, dass eine Idee ist, nur so gut, wie sie umgesetzt ist. Also wenn du eine Idee hast, dann musst du halt einfach die von A bis Z umsetzen. Und ich sage immer ein bisschen, ich bin, was den Friseur angeht, eigentlich ein Theoretiker. Weil aus einer Friseurfamilie kommend, weiß ich nicht unbedingt, wie es ist, Kunde zu sein. Aber ich weiß, wie es ist, wenn ich in einen Club gehe, wenn ich in ein Restaurant gehe, in ein Hotel. Und ich nehme das als Vergleich und adaptiere das natürlich für den Friseurbesuch. Wie? Indem, dass ich halt die Ideen übernehme, wie, dass die Leute empfangen werden, behandelt werden, wie sie sich wohlfühlen können etc. Und ich versuche, immer einen Vergleich zu ziehen. Wir sind zum Beispiel kein Sterne-Friseur, so wie ein Fünf-Stern-Hotel, sondern wir sind mehr ein Boutique-Friseur. Das heißt eigentlich eben so ein bisschen, wir wollen da nicht einfach sagen, wir sind cool, sondern wir machen dann einfach das, was uns Spaß macht und das soll dann oder tut dann auch den Leuten viel mehr Spaß machen, weil wir Freude dran haben, haben sie ja auch Freude dran. Und jeder Laden ist ja auch irgendwie anders. Also bei einem, weil wenn du sagst, Boutique-Friseur, also da, wo ich als Zweites hingegangen bin, dort gibt es einfach einen großen Tisch und da sitzen einfach alle sitzen am gleichen großen, runden oder ovalen Tisch. Ja, also das mit den Tischen, das habe ich von Anfang an gemacht, weil mir war es extrem, wie soll ich, am Anfang, wie ich noch gearbeitet habe, haben alle diese Beußen gehabt. Da warst du zu zweit mit deinem Kunden. In einem Corona-Style. In einem Raum drin und nur du und das war es. Niemand durfte sehen, was da gemacht wurde. Das war so ein bisschen heimlich. Auch als Auszubildender musstest du dann schon von über die Türe reinschauen etc. Und ich fand halt einfach mehr so diesen Stammtisch-Effekt oder einen Stubentisch fand ich einfach viel cooler. Also ich bin mit einem Freund hingegangen und gesagt, okay, ich will eine Spielwand mit einem Stubentisch mischen. Und daraus kamen halt diese ovalen Tische und die sind dann mal größer oder kleiner geworden, je nach Geschäft. Aber das Grundkonzept ist das gleiche. Das sind immer ovale Tische. Es sind immer Tische. Es sind nicht immer oval. Manchmal sind sie rund, manchmal sind sie lang. Aber auf jeden Fall nicht an eine Wand ran, weil das ist für mich so Scheuklappen-mäßig. Wie wichtig ist und war Social Media? Du bist jetzt seit wann? Seit 2000? 2000? Und wie viel bist du? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war ungefähr im dritten, dritten, zweiten Jahr, wo Facebook losging. Da war ich fasziniert. Hat mal ein Konto gemacht und habe dann angefangen. Also jetzt mittlerweile zehn Jahre? Mindestens zehn Jahre, ja, auf jeden Fall. Die Zeit geht schnell rum. Und da gibst du auch Kurse? Ich gebe ab und zu Vorträge zu dem Thema, was aber mehr nicht nur Social Media ist, sondern eigentlich generell Marketing für Friseure. Was erzählst du denen? Dass sie im Prinzip ihre Kunden als Community anschauen müssen und mit allen reden und nicht nur im Salon an der Türe stehen müssen und rausschreien, sondern halt wirklich die Interaktion zwischen den Leuten eigentlich fördern. Via Social Media kanälen. Das ist die beste Chance, die wir jetzt haben, weil Anzeigen, Inserate etc. funktionieren ja nicht. Und wenn du nur in deinem Salon sitzt und wartest, bis jemand kommt, kannst du schwarz werden. Und mit Social Media hast du eine einmalige Chance, dass du mit der Welt da draußen direkt kommunizieren kannst, egal wo du bist. Wie machst du das konkret? Wie wird das operationalisiert? Machst du das alleine? Nein, lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Bei uns hat jeder Mitarbeiter ein eigenes Konto, wo er regelmäßig seine Arbeiten postet und was sonst noch in den Sinn kommt. Posten darf oder posten muss oder soll? Darf. Bei 40 Leuten ist es so, dass nicht jeder genügend Zeit hat oder halt eben auch die Fähigkeit hat. Wir haben ja ein großes Spektrum an Leuten von ganz jung bis, ich sage jetzt nicht ganz alt, aber mein ältester Mitarbeiter ist 75. Der hat nicht unbedingt einen Social Media Account, der braucht das auch nicht, obwohl er sehr interessiert ist und auch immer wieder Sachen macht. Das ist noch spannend. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber und dadurch ist es so, dass wir ständig, wir produzieren ja ständig Content, indem das wir halt Friseuren machen. Die Leute machen Selfies bei uns im Laden, wir haben eine Ecke, wo die Leute sich fotografieren können, wo wir sie fotografieren können, wo wir vorher-nachher-Bilder machen, wo wir erzählen, Storys von Frisuren, die sich verändern. Wenn du dann das schaust, immer eine gewisse Zeit kannst du eine Entwicklung von jemandem sehen oder auch große Veränderungen. Das gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, Geschichten zu erzählen. Und wir haben nicht das Problem, dass wir nicht wissen, was wir erzählen sollen, sondern auswählen, was von der Vielfalt von den Geschichten, das wir posten. Und darum hat jeder Mitarbeiter dann sein eigenes Account gemacht und wir führen das dann zusammen an einem großen Account von Mad Hairstyling, wo wir dann die Storys von den Tagen auswählen. Und so kommen pro Tag locker fünf Storys zusammen. Und so wird eigentlich das Handy fast so wichtig für den Beruf wie die Schere. Genau. Das ist ja nicht nur wichtig für Social Media, sondern wir haben ja auch unser ganzes System, Kasse, alles läuft im Prinzip über eine App auf dem Handy. Und so ist im Prinzip das Handy genauso wichtig wie die Schere heutzutage. Das heißt, die ist am Arbeitsplatz und weg. Und das war lustig. Ich habe vor bald fünf Jahren den ersten Vortrag diesbezüglich gehalten vor den Friseuren und habe denen damals gesagt, ja, macht euren Feind zum Freund, sagt den Mitarbeitern, sie müssen das Handy bei sich haben, beim Arbeiten. Und das war ein Riesenskandal. Warum? Weil das war damals so der Feind, das Handy, die Mitarbeiter, die ständig da reinstarren und immer wieder heimlich am Telefon sind etc. und heutzutage ist es normal, dass du mit einem Handy durch den Laden läufst. Keiner sagt mir, ach, der ist jetzt privat drauf, sondern wir sind am Arbeiten. Und das wird sogar noch institutionalisiert. Also gibt es da Regeln? Wenn man neu bei dir ist, werde ich da auch eingeführt, wie das mit dem Handy funktioniert? Sorry, das klingt so doof. Ja, ist klar. Ich meine, ich sage immer, wir sind wie eine große WG und eine große WG muss Kühlschrankregeln haben. Ohne Kühlschrankregeln ist ein Wege-Chaos. Das ist ganz klar. Und unsere Kühlschrankregeln sind halt im Prinzip halt Sachen, okay, Handy muss lautlos sein und solche Geschichten halt einfach so Personal Behaviours etc. und da kommst du aber schnell rein, weil das ist ja nicht irgendwie was anderes. Das ist logisch. Wenn einmal dein Handy klingelt während dem Arbeiten und alle hinschauen, das ist ja peinlich, dann stellt es automatisch ab. Das passiert ab und zu. Es ist nicht schlimm, aber wie gesagt, es sind solche Sachen, die du machen. Und das andere, es ist ja ein Hilfsmittel. Du machst ein Foto von deiner Kundin vor, du machst eins nachher, du tust das in die Karteikarte rein, du kannst nachschauen, was war das letzte Mal. Die kann dir sagen, das war gut, das war nicht gut. Du kannst aufgrund von Fakten kannst du weitergeben. Wir haben ja schon immer Karteikarten geführt. Jetzt hast du sie einfach dabei. Du musst nicht vom Kunden weg. Du kannst am Platz direkt kassieren. Du kannst am Platz dem Kunden mit Pinterest neue Frisuren vorschlagen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du mit deinem Handy da arbeiten kannst. So wie du halt auch deine eigene Schere hast, die persönlich nur für dich da ist zum Arbeiten. Jetzt sagen ja alle, so Video ist das aller Welt Heilmittel und mach Video, mach Video, mach Video, mach Video. Aber bei euch ist es schon hauptsächlich Foto, das man braucht. Wie ist die Mische zwischen Foto, Video und Text? Also es ist auf jeden Fall so, dass Videos eindeutig mehr angeschaut werden. Also das ist ganz klar. Und wir können nicht immer Videos machen, aber wir machen regelmäßig Kurzvideos etc. Gerade während dem Lockdown haben wir ganz viele Videos produziert, wo wir im Prinzip alles erklärt haben etc. oder halt einfach nur zum Spaß was gemacht haben. Da ist halt Frage von Aufwand drin. Ich finde halt, es muss immer noch authentisch sein. Es darf nicht zu professionell sein. Wir haben das drum auch ein bisschen gesplittet. Wir haben gesagt, okay, Stories zum Beispiel, das darf handgemacht aussehen. Das muss nicht zu professionell sein, weil sonst ist nicht authentisch. Aber das, was wir auf unserer Frontseite haben, das was in die Posts sind etc., die müssen halt schon die Qualität haben. Und da tun wir unsere professionellen Projekte rein. Da sind die Bilder, die wir im Studio machen oder halt die besonders guten Bilder, die sonst entstanden sind. Und das ist dann die andere Visitenkarte. Das macht die Leute neugierig, um das andere zu sehen. Und die Stories, die machen dich fassbarer. Wie wichtig ist TikTok? Wird wichtiger, kommt ganz darauf an, was Instagram jetzt macht mit den Reels etc. Ich glaube, dass es nicht über das jugendliche Statum rauskommt. Obwohl jetzt sehr viele Leute viel Geld da reinpushen. Aber du erreichst halt doch immer noch via Facebook am meisten Leute. Das ist erstaunlich. Obwohl das inzwischen heißt, das ist das Facebook der alten Leute. Aber da funktioniert halt auch immer noch sehr viel. Ja, und das ist deine kaufkräftige Kundschaft? Nicht nur. Also nicht nur. Wir haben ein extrem breites Spektrum. Also von ganz jung wirklich bis ganz alt. Es ist mehr die Einstellung, die es macht, dass sie zu uns kommen, nicht das Alter. Wie wichtig erachtest du Diversifizierung? Diversifizierung ist eine gute Geschichte, wenn man es nicht übertreibt. Es gibt ja eine Mark Menden Schere, oder? Du hast sogar deine eigene Schere. Ja, das ist so ein Projekt, das ich mit... Ich bin ja Ambassador für verschiedene Marken und Produkte noch dazu. Das ist ganz klar. Das bringt der Fashion Director Job mit sich, dass du natürlich auch Markenbotschafter bist. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mit meiner Leidenschaft halt für mein Handwerkszeug durfte ich mit dem eigentlich letzten Scherenhandmanufaktur eine eigene Schere entwickeln, die jetzt weltweit vertrieben wird. Aber das ist ein Leidenschaftsprojekt. Das ist nicht... Was machen Fashion Director? Ich bin in der Schweiz zuständig für alle Veranstaltungen von Instagram für und in Europa halt für die Zusammenzüge aller Modedirektoren und weltweit halt in einem großen Team von Modedirektoren, wo wir die nächsten Trends zusammen auf... in Bild- und Videoformat darstellen tun und auch international Shows machen. Was sind jetzt die Trends so für 2021, 2022, 2023? Ja, also von der Friseur-Geschichte her ist lustig. Es gibt wieder mehr Bewegung in die Haare rein, ganz klar. Diese geraden... Wie da ein Sassoon-Bob. Die werden langsam ein bisschen auslaufen. Der Fokuhila hat ein Revival. Ja, Mullets sind voll wieder der Trend auf der Straße. Und das Ganze wird wieder viel lebendiger, bewegter, wilder. Ich glaube auch, das ist ein bisschen Befreiungsschlag von den Leuten nach diesen geraden, langen, langweiligen, farbigen Geschichten. Weil die farbigen Geschichten sind auch langsam langweilig. Wie Fokuhilas? Ja. Wie geht es dir, wenn du solche Frisuren siehst? Es hat alles immer eine ästhetische Variante. Wenn es passt, wenn es passend gemacht wird, dann funktioniert es. Und es gibt auch immer eine schreckliche Variante davon, das ist ganz klar. Und dann sitzen da so ein bisschen latent graumelierte Herren und Frauen in einem Kreis und dann sagen sie, das wird Trend. Trend ist ja nicht mehr ein Diktat. Wir sind ja nicht mehr in den 70er Jahren, wo alle nur mit einem Mini-Rock rumgelaufen sind. Das könnte es aber sein. Ihr hättet wahrscheinlich die Macht zum Sagen, das wird Trend und die Menschen schneiden das. Das ist ja gar nicht unser Ziel. Das ist ja nur irgendwie etwas, wir nehmen das auf, wir saugen das sozusagen auch aus den Social Medias raus, was sind die Trends von der Straße und machen daraus halt, stellen das halt ästhetischer dar. Ich glaube, das ist immer so eine Bewegung, eine Wellenbewegung, was jetzt kommt und es ist auch mit der Zeit ein bisschen absehbar, was ist das Nächste, was kommen kann, dass du eigentlich damit dabei sein willst, weil du willst dich ja ständig bewegen um vorwärts kommen und darum ist es logisch, dass wenn mal alles gleich lang war, dann muss es nachher gestuft sein. Und jetzt waren wir eine Zeit lang gleich lang. Alles gleich lang und genau, alles glatt, glänzend und bunt. Also eigentlich back to the 80s. Jedes Jahrhundert fängt ja wieder an mit der Reprise von den Vorhergehenden. Jetzt sind wir doch schon fast in den 90er, nicht in den 80er Jahren, 80er, 90er Jahre angekommen. Ich denke, ich hoffe, dass wir bald die 2000er erreichen, dass wir einen Trend setzen können, der nicht nur ein Remake von was früheren war. Aber grundsätzlich ist ja jeder Trend irgendwie wieder eine Weiterentwicklung von dem, was vorher war. Was wäre denn ein 2000er-Trend? 2000er-Trend? Kann ich so jetzt gerade noch nicht sagen, weil das zeichnet sich erst mit der Zeit noch ein bisschen ab. Da müssen wir schauen, was war damals. Ja eben, aber dann kocht man schon wieder neu. Ja, also wir sagen zum Beispiel, wir haben ein klassisches Handwerk und wir tun aber, wir interpretieren die klassischen Frisuren nach dem Zeitgeist. Das heißt, wenn wir es vom Mullet reden, der im Prinzip jetzt schon zum vierten Mal wiederkommt. Also die ersten Mullets gab es schon in den 50er, 60er Jahren bei den Teddys. Ah ja, okay. Also es ist so, dass diese Geschichten immer wieder kommen und darum ist es so, dass man sagt, okay, der neu interpretiert, der sieht anders aus wie der, den wir kennen mit den Gedauerwelten in den 80er Jahren oder sagen wir jetzt mal diese Crocketts und alle, wie sie damals geheißen haben in den Filmen, die wir damals gesehen haben, das ist was anderes. Aber es ist eine Anlehnung daran. Die Filme werden ja auch immer wieder neu aufgelegt. Ja, ja, ich glaube auch, die 80er, die kommen immer wieder. Auch farblich. Auch farblich. Sieht es auch bei mir. Es könnte ja auch ein Playcrew-Ski-Anzug sein, den ich hier hinten. Ich glaube, es ist wie mit vielen Sachen, wie in der Musik. Jede Kombination von möglichen Musikstücken ist geschrieben. Jetzt gibt es nur noch Remixes und im Prinzip ist genau das, was wir mit den Haaren auch machen oder mit Frisuren. Wir machen Remixes von bestehenden Geschichten, du mischst verschiedene Sachen zusammen, das Neues. Aber der Trend ist nicht das, was das Entscheidende ist, weil schlussendlich ist das etwas, was man vorne hinstellt und sagt, okay, das läuft. Aber dahinter steht, dass jeder immer mehr seinen eigenen Stil findet. Und wir stehen dafür, finde deinen eigenen Stil. Und wenn das dem Trend entspricht, dann ist das die Straße, die du gehst. Wenn das aber nicht so ist, dann kannst du auch was ganz anderes haben und es ist immer noch trendy. Heutzutage ist es ja so vielfältig, dass jeder machen kann, was er will. Gehen wir mal ein bisschen weg von Mark Menden, der Geschäftsmann und Cheffriseur. Wer ist Mark Menden, der Mensch? Hinter dem Ganzen, also es gibt kaum eine Entflechtung von mir und Matt. Und ich bin jemand, der halt extrem neugierig ist und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und ich gebe gerne eine Plattform, wo sich Menschen realisieren können. Und so funktioniert eigentlich das Ganze, was ich mache. Und so hast du deine Kinder erzogen und deine Frau auch und so weiter. Also ich hoffe nicht, dass ich meine Frau erzogen habe. Entschuldigung für den. Ja, vielleicht schon auch ein bisschen. Muss man manchmal. Ich glaube eher umgekehrt. Oh ja. Das kann ich mir vorstellen. Na ja, gut. Aber gerade weil du meine Frau ansprichst, das ist ja eigentlich etwas Entscheidendes. Du bist nie alleine. Und ohne, dass du jemanden im Hintergrund hast, der wirklich dich stützt und auch deine Entscheidung mit stützt, funktioniert das Ganze gar nicht. Und ist sie denn da noch ein Familienbetrieb? Das ist richtig. Sie macht die ganzen Finanzen und ich bin der Clown, der vorne rum springt. Und letzte Woche war ich bei seinem Sohn Haare schneiden. Genau. Er hat das ziemlich toll gemacht. Sehr toll. Ja, wie gesagt, es ist ja auch schön, dass das weitergeht. Das ist jetzt die dritte Generation und wir haben viele Diskussionen über Sachen, wie das geht. Er als doppelte Jungfrau ist noch extremer wie ich, wenn es um gewisse Ideen geht. Und er ist gerade dran, seine Hörner am abstoßen, was extrem Spaß macht zum Zuschauen. und ich will ihm ja das weitergeben und das verflügelt mich auch, weiterzumachen. Ihn hast du auch ziemlich durch die Welt geschickt. Noch nicht ganz. Also seine Welt ist jetzt momentan noch, hat in Berlin mal aufgehört, aber das war schon eine ganz große Welt. Ich glaube schon, dass er noch weitergehen wird und kann. Und sollte auch, um Horizont zu arbeiten. Genau, auf jeden Fall. Also eben wie gesagt, er hat noch viel Zeit, bis er die große Aufgabe übernehmen kann, wenn er will, was ich jetzt da aufgebaut habe, um das weiterführen. Wie teilt du und deine Frau, wie teilt ihr euch so ein bisschen die Arbeit auf? Wer ist für was zuständig? Sie ist ein bisschen die Außenansicht, weil sie ja die klassische Kundin auch ist. Und sie ist aber, wir haben eine klare Teilung in dem Sinn, dass ich für das Fachliche, für das Marketing, für das Personal zuständig bin. und sie macht die ganzen Finanzen, die Administration, sie hält das ganze Ding zusammen sozusagen. Ja, und dich kennt ja auch jede Sau hier. Und darum, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Das war in den wilden 80er. Ja, es war schon 90er. Also 80er, da war ich unterwegs auch. Da war ich in London, etc., Paris und so weiter. Wie ich dann anfangs 90er zurückgekommen bin. Was ist der Unterschied? Na ja, genau. Eben wie gesagt, ich habe angefangen bei einem Geschäft zu promoten, indem ich in den Clubs war, Flyer verteilt habe, etc. Wir haben dann mit Mad Thursdays im Roxy unseren eigenen Clubabend gehabt, haben dann das weitergeführt. Ich bin dadurch halt auch eine Zeit lang in der Clubszene unterwegs, sehr bei meinen eigenen Abenden gemacht, habe Clubs unterstützt und da mitgearbeitet noch zusätzlich, wo wir auch unsere Haarambulanz, sprich unsere Pop-Ups drin gehabt haben. In quasi Krankenschwestern-Kostüm. Na ja, Haarambulanz heißt ein Ambulatorium, das ist eine temporäre aufgebaute Geschichte. Das war oder ist immer noch so ein Wagen. Jetzt hast du mein Kopfkino zerstört. Na ja, Fetisch-Partys waren auch ab und zu dabei. Die Bilder hast du mir immer bei einem Abendessen gezeigt. Die halten wir hier vor. Aber das geht ja auch da mehr. Die Shows, Modeschauen und so weiter waren immer ein Teil davon. Inszenieren von etwas. Hat mich immer fasziniert und halt auch ein Projekt dann nur durchzuziehen. Darum haben wir dann auch große Modenschauen gemacht, wie die Kleiderbörse, die Modestrom etc., wo wir mit bis zu 16, 17 Designern für zweieinhalbtausend Leute im Prinzip Shows gemacht haben in Zürich. Das war so Ende 90er Jahre die große Geschichte. Und ich muss mich aber irgendwann mal auch entscheiden, weil eben wie gesagt, ich habe dann zu viele Sachen gemacht und habe mich dann auf dem Prinzip reduziert, gesagt, ich mache fünf Projekte. Und wenn ich was Neues mache, muss ein altes weg. Und da ich meistens alle fünf Projekte, die ich mache, sehr gerne mache, ist es immer ein bisschen schmerzlich, was aufzuhören. Das heißt, das Neue muss dann sehr spannend sein, dass ich das wirklich will. Also fünf Projekte über einen längeren Zeitraum oder fünf Projekte pro Jahr? Nö, über einen längeren Zeitraum natürlich. Also eben das ist, ich finde etwas, was nur einmal ist und dann vorbei, das muss schon nachhaltig sein. Es macht auch mehr Spaß, was über längere Zeit zu machen. Also einen Clubabend, eine Party ist cool, aber eine ganze Serie, wo man immer wieder die Leute abholt und das Partylabel mit Second and Friends war genau so eine Geschichte, wo du halt immer wieder auch da eine Community aufbaust, mit den Leuten feierst und da eine Geschichte erzählst. Auch in dem drin. Und Geschichten erzählen war immer etwas, das habe ich, lustigerweise hat mir das der Thomas Hemmerly ganz am Anfang, wie ich den kennengelernt habe, der war damals noch bei 10 vor 10 als Redakteur und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen eine Modeschau, komm und filmen das. Und er so, was hast du denn für eine Geschichte? Und ich so, und er hat mir dann beigebracht, du musst Geschichten erzählen. Und seither ist es, egal was wir jetzt machen, wir erzählen eine Geschichte, ob das jetzt in Instagram ist oder ob das auf Facebook ist oder irgendwas, es muss irgendeine kleine Geschichte dahinter haben, die die Leute faszinieren, wo sie auch ein Teil davon sein können. Was macht denn eine Geschichte gut oder was macht eine Geschichte aus, dass sie geschaut wird, geliked oder geteilt? Ich glaube, da gibt es auch nicht immer ein Rezept. Das Wichtigste finde ich mir, Authentizität. Also du musst eine Botschaft haben, du musst die Leute animieren zu einer Aktion auch. Wir hatten lange Mühe zu überlegen, wie können wir das Internet nutzen fürs Geschäft, dass es auch wirklich Umsatz gibt etc. und so die Transition oder wie man dem Ganzen sagen soll. Und wir haben uns da lange aufgegeben und haben gesagt, Conversion Rates. Conversion Rates, genau. Und das ist irgendwie so ein Unwort für mich. Schlussendlich haben wir nur Image am Anfang gemacht. Und jetzt mit der Zeit können wir aber auch sehen, ich weiß, wo meine Kunden sind, wo meine Community ist, ich weiß, was sie brauchen und ich musste denen nur sagen, hör zu, wir sind da. Und lustig war es, hat es so angefangen, wir machen ja seit 17 Jahren E-Mail-Marketing sozusagen. Damals haben wir einfach die Newsletter. Seit 17 Jahren? Ja. Und Vollautomatisierung? Nein. Ja, es reden so viele von Automation. Wir waren mal soweit, wir haben das wieder aufgehört. Dann willst du automatisiert eine Geschichte erzählen. Ja, eben. Es funktioniert nicht. Mit so vielen Eventualitäten. Ich bin gerade daran, dass du ein bisschen am Durchdenken für den Kunden, aber da brauchst du so viele, wenn, dann. Das geht nicht. Das ist ein ziemliches. Ja, genau. Also es ist wirklich so, wir waren soweit, dass wir gesagt haben, wir haben immer noch, wir haben 35, 40 Prozent Leserrate und so weiter und so fort, aber null Klicks. Also okay, wieso? Die Leute machen es zwar auf, alles ist da, aber die machen nachher nichts draus. No conversion, ja. Genau. Und jetzt haben wir aufgehört, mit an allen alles zu schicken, sondern ich überlege mir, wen interessiert das? Und was will ich denn erzählen? Und die picke ich mir raus, den schreibe ich und dann passiert was. Jetzt haben wir vor Weihnachten, wo wir nicht wussten, gibt es einen Lockdown oder nicht, haben wir gesagt, hört zu, wenn ihr vorher noch kommen wollt, dann kommt bitte. Und ich habe nur die angeschrieben, die noch keinen Termin hatten und die keine frische Frisur hatten. Und das hat funktioniert. Dann haben die Leute, und jetzt zwischen Weihnachten, Neujahr, gestern das Gleiche. Hey Leute, wir haben offen. Und ich schreibe aber nur diejenigen an, wo ich sage, die waren schon zwei, drei Mal bei uns, die haben schon, die wollen eigentlich kommen, denen musst du nur sagen, komm jetzt, wir haben Zeit. Weil wir haben offen, weil die Leute haben das Gefühl, wir sind jetzt zu. Also das ist das eine und dann halt das immer noch verprackt. Ein bisschen Witz ist schon wichtig. Lustig muss sein. Ja, ein bisschen lustig muss wirklich einfach immer sein. Finde ich auch. Wie ist denn der Marc, wenn er nicht am Arbeiten ist? Was macht er? Kocht er viel? Grilliert er? Ist er mit Freunden unterwegs? Also jetzt schwierig. Spielt er Violine, Klavier, Geige, macht DJ, produziert Beats. Was machst du? Was mache ich? Also ich koche extrem gerne. Auch wirklich nur für mich und meine Frau. Das muss nicht immer für Freunde sein. Ich glaube, das ist etwas vom Entspannendsten, was du machen kannst. Ich fahre gerne Motorrad. Also wenn ich mich wirklich entspann muss. Was ist für ein Töff? Eine kleine Harley. Ich sage immer, das fünfte Familienmitglied. Warum? Weil es so viel kostet wie ein kleines Tier? Nein, nicht wegen den Kosten, sondern halt einfach, weil es genau so viel Betreuung braucht. Alright. Da musst du das schon, eben da fährst du. Aber wie gesagt, ich fahre gerne alleine, einfach drauf los, sozusagen Zahnbürste einpacken und dann halt mal auch für einen Tag mehr einfach unterwegs sein. War das so eine klassische Midlife-Crisis-Entscheidung wie bei vielen? Ich fahre Motorrad seit ich zwölf. Ah, eben. Sie sind dann voll nicht ins Klischee. Nein, also ich habe mit zwölf habe ich von meinem Onkel den Cinquecento zu Schrott gefahren in Italien und er hat dann gemeint, du fährst nur Motorrad. Von daher bin ich Motorrad gefahren. Mit zwölf. Das Auto geklaut vom... Nö, das war schon zur freien Verfügung. Aber schön. Aber solche Geschichten, die ziehen sich auch ein bisschen durch, durch die ganze Jugend, oder? Ja, wir waren schon ziemlich bewegt. Also das war ja die Zeit, AJZ etc. Ich war da fleißig da. Ich war in der Ausbildung und gleichzeitig immer in meiner Freizeit da. Ich habe zum Teil auch übernachtet. Wir haben friedlich demonstriert und bin immer noch ein totaler Pazifist, ein Gegner von jeglicher Gewalt. Darf ich ganz kurz? Also AJZ, das ist das autonome Jugendzentrum, das ist dort gestanden, wo die Herren und Damen der Stadt einen K-Parkplatz wirklich hingemacht haben. Also wenn du mal in Zürich bist, dort wo jetzt der K-Parkplatz ist, dort ist das AJZ gestanden. Dort hat man sich getroffen als Jugendlicher und hat quasi sein jugendliches Dasein gefrönt. Und als dann eben die Stadt diesen Platz für die Jugend nehmen wollte, gab es in den 80er Jahren doch ziemlich derbe Unruhen. Und da ist wirklich sehr viel Spannendes daraus verstanden. Das nur so quasi als Randnotiz für den Kontext. Ja, das war der romantische Teil. Leider war auch da die ganze Drogenszene etc. war dann die andere Geschichte, die halt auch sehr dramatisch war. Und das Ganze auch geprägt hat leider. Und immer noch prägend tut in Zürich, sage ich mal. Aber prägend war halt auf jeden Fall, dass dieses Autonome, das Selberdenken und über den Tellerrand rausdenken und von da aus gehen. Und auch jetzt als Geschäftsmann, ich denke auch diese Verantwortung zu haben und Bewusstsein zu haben, was man macht. Also ich habe gern 40 Mitarbeiter. Ich mag jeden einzelnen davon persönlich sehr gerne, aber ich muss ein Geschäft führen. Und ich finde auch die ganzen ethischen Ansprüche, die da sind, die sind mir extrem wichtig. Die da wären? Ja, zum Beispiel eben, wie gesagt, jetzt momentan zu schauen, dass wir die über die Hunden kriegen und nicht einfach Leute wegstreichen und so wie, ja, wie wenn sie irgendwie nichts wären. Sondern halt zu schauen, dass die Stellen erhalten bleiben oder halt auch, dass man ein bisschen nachhaltig arbeiten tut, da wo man kann. Nicht nur für die Eventbranche, wo du ja auch sehr viel dafür gemacht hast oder mit der du viel gemacht hast, nicht nur für die ist die Corona-Zeit wirklich ziemlich derbe oder derbe gewesen. Wie war es jetzt für euch? Naja, der erste Schock haben wir so verarbeitet, indem wir erstmal viel halt Social-Media-Zeugs gemacht haben. Und dann ging es dann mal los und dann wurden wir überrannt erstmal und das fiel dann schnell wieder zusammen. Und dann war es dann plötzlich ruhig, weil die Leute plötzlich Angst gekriegt haben, obwohl wir eigentlich den sichersten Job haben, den es gibt. Es gibt bei uns keine Ansteckung in Salons etc. nie gegeben. Und aufgrund von den Maßnahmen wird es auch keine geben. Und jetzt ist es aber halt so, dass es halt schon 30% weniger ist, wie eigentlich war. Mit dem muss man umgehen. Obwohl jetzt vor Weihnachten war es wieder ein bisschen besser. Also es ist so eine Berg- und Talfahrt und die ist halt vor allem emotional. Das merkt man extrem. Das heißt, du bist viel näher bei den Leuten dran. Du musst viel mehr oder ich will auch viel mehr mit den Leuten direkt Kontakt haben und andere Sachen, die sind ein bisschen weniger wichtig da. Tauscht ihr euch im internationalen Verband auch viel aus? Ja, es gibt so einzelne Geschichten, wo wir halt, Instagram ist eine weltweite Organisation. Wir sind gut vernetzt und entsprechend tauschen wir uns auch aus, weil es ist ein Freunde-Netzwerk schlussendlich. Und ich mache das aber auch mit Friseuren in Zürich etc., wo wir uns regelmäßig online treffen in dem Sinn. Wo wir uns regelmäßig austauschen, auch ein bisschen um Befindlichkeiten oder uns gegenseitig zu helfen. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam in dem Ding drin und da können wir nur gemeinsam durchgehen. Ich glaube, das ist momentan das Wichtigste. Ist jetzt, wo auf der Kippe sind wir jetzt? Sind wir bei der Hoffnung, dass es jetzt besser wird? Oder ist jetzt mal so das große, ich mag nicht mehr? Ich glaube, im Moment ist schon ein bisschen, ich mag nicht mehr. Es ist jeden Tag eine kleine Hoffnung und am nächsten Tag wird sie wieder zerstört. Also es ist momentan so ein Wechselbad von Gefühlen. Ich selber glaube, dass das uns noch ziemlich lange begleiten wird. Wir werden oder tun schon sehr stark damit leben und lernen, damit umzugehen. Für mich persönlich vergleicht das immer mit der ersten AIDS-Welle, wo wir auch gelernt haben müssen, damit umzugehen. Es ist immer noch präsent und das wird es auch sein. Es wird nicht mehr ohne Corona was geben. Aber wie gehen wir damit um? Das ist das Hauptthema. Ja, ich glaube, AIDS ist wirklich auch nicht ein gutes Beispiel, aber so ein Vergleich, den man doch ziehen kann. Ein Vergleich, den man ziehen kann und doch nicht ganz, weil es einfacher ist, sich zu schützen in dem Zusammenhang. Man weiß das, aber wenn man schaut, wie wenige machen das noch. Das ist eigentlich das schreckliche Moment. Ich weiß noch, wie ich war damals in London, wie das losging. Und wir haben zum Teil unsere eigenen Gläser mit in die Pubs genommen, weil wir nicht wussten, wie die Leute sich angesteckt haben. Also das war wirklich ganz was Extremes. Und jetzt habe ich das ähnlich gefühlt. Die Leute wissen nicht, schützt jetzt eine Maske, schützt sie nicht, was auch immer. Es ist einfach so. Und jeder versucht halt oder soll für sich das zu machen, wie er sich selber und die anderen am besten schützt. Und dann alles andere werden wir sehen. Eben, das meine ich. In den Anfängen, in den wirklichen Anfängen von AIDS war die Unsicherheit über, wie wird eigentlich das übertragen, ähnlich beängstigend wie jetzt. Warum weiß ich das, obwohl ich ein bisschen jünger bin? Ich habe mal ein Sozialpraktikum in einem AIDS-Sterbehospiz gemacht. Also in einem Sterbehaus für AIDS-kranke Jugendliche und deswegen da doch mit sehr vielen gesprochen. Jetzt ist da in all den Jahren, wo du so umtriebig und innovativ und Gas gegeben hast, da hat sich ja wahnsinnig viel angesammelt an Wissen. Wenn du zurückblickst und dir überlegst, ich könnte nochmal zurück und das würde ich gerne besser machen, was wäre das? Ich hätte wahrscheinlich meine Ausbildung im Bereich Transaktionsanalyse ein bisschen früher angefangen. Weil das hat mir extrem geholfen, mit vielen Sachen umzugehen. Wann hast du das gemacht? Das habe ich gemacht, Mitte 90er Jahre habe ich da angefangen. Warum? Ich wollte, ich habe viele Bücher gelesen zu dem Thema und wollte mein intuitives Wissen in verifiziertes Wissen umwandeln. Weil wir sind ja alle eigentlich, gerade als Friseur zum Beispiel, als intuitiver Friseur bist du gut. Aber wenn du die Leistung immer wieder willst reproduzieren, musst du im Prinzip das Wissen dazu fundiert dir aneignen. Dann wird aus Intuition, wird es dann können. Und runtergebrochen wissen die meisten Leute über die Transaktionsanalyse wahrscheinlich relativ wenig. Sie wissen, wenn es hochkommt, ich bin okay, du bist okay, Eltern nicht, Kinder als ich. Kurz zusammengefasst, um was geht es? Mir ging es vor allem darum, dass es etwas ist, was du nicht manipulierend ist. Es gibt ja viele Verkaufsgeschichten und so weiter, die sehr manipulativ sind. Und mit der Transaktionsanalyse gehst du davon aus, dass du deinem Gegenüber die Möglichkeit gibst. Du zeigst ihm, was für Möglichkeiten er hat und er entscheidet für sich selbst. Und die Autonomie ist das Wesentliche von der Transaktionsanalyse. Und ich finde das ganz wichtig. Und die ist wieder ein Teil der Manipulation? Autonomie ist keine Manipulation, weil du manipulierst durch dich höchstens selber. Für das bist du dann wieder selber verantwortlich. Also kann das keine Außenstehende machen. Aber man hilft sich ja natürlich auch mit Mimikgestik und auch mit der Stimme. Und je nachdem, ob man mit der Stimme ein bisschen runterfällt, die Absicht kann noch so autonomiefördernd sein. Ein bisschen einen Tipp geben tut man ja doch noch. Ja Moment, das ist ja dann eben, das ist die gelebte Philosophie, wie wir es ja haben. Wir sagen zum Beispiel, jeder entscheidet für sich selber. Damit du dich entscheiden kannst, zeige ich dir, was du alles machen kannst. Du entscheidest dann, was du willst. Und das ist Transaktionsanalyse. Also du gibst eigentlich keine Tipps mehr, sondern du zeigst eine Auswahl und zeigst, Million Ways to Die, Choose One. Möglichkeiten, die es sind. Es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit. Und wenn ich dir mehrere aufzeige, dann kannst du entscheiden, welches dein Weg ist, den du wählen. Ist das nicht heute aber ein größeres Problem in unserer Gesellschaft, dass wir von allem so viele Möglichkeiten haben und eigentlich auch ein bisschen der Auswahl müde sind? Ich glaube, dass das falsch gedacht ist. Es ist immer noch wichtig, dass der Mensch für sich selber entscheiden muss. Wenn wir immer hingehen und die ganze Zeit den Leuten nur vorgefertigte Konserven gehen, wo er nichts anderes mehr kann, dann hören wir auf zu denken. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass du Auswahl hast und dass du die bewusst wahrnimmst. Begrenzt man dann die Auswahl und sagt drei oder fünf oder halt einfach so viel, wie zur Verfügung steht? Nicht unbedingt. Also eben, wie gesagt, das kommt auf die Situation an. Jetzt im Sinne von Frisur ist es relativ einfach. Wenn ich die jetzt empfehle, dann sage ich dir, okay, ich mache was in dem Stil, wie du jetzt bist. Also Status Quo, etwas, was eine Veränderung ist und dann die dritte ist ein Mix daraus. Also dann hast du immer diese drei Möglichkeiten. Also drei Möglichkeiten gibt es immer. Revolution, Evolution oder? Genau. Also von dem her, das ist ja wie eine Art vorgegeben, dass es mindestens drei Möglichkeiten gibt. Und es ist immer einfacher, sich zwischen etwas, zwischen vermehren Sachen sich zu entscheiden und zwischen etwas und nichts. Ich merke es sehr oft in meiner Tätigkeit, dass bei den Kundinnen und Kunden eigentlich das Denken erst anfängt, wenn man ihnen etwas vorher vorzeigt, beziehungsweise wenn man den Prozess schon bis zu einem gewissen Grad gegangen ist und sie dann nachher, also Beispiel Konzept schreiben, Text schreiben und so weiter und so fort, ist ja beim Haareschneiden viel unmittelbarer, weil was ab ist, ist ab. Ja, aber wenn es ab ist, dann ist es zu spät, um noch zu diskutieren. Das musst du vorher machen. Für das gibt es eine Beratung. Aber ich glaube, das Wesentliche ist ja im Prinzip, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, den du beschreitest. Darum ist es ja vielfach auch ein Projekt, das du dann machen tust. Und da kommen wir wieder zu dem, ein Friseur ist nicht einfach nur Haareschneiden, sondern im Prinzip, der muss zu seiner Lebenssituation, zu deiner Einstellung, zu deinem Gefühl, muss es passen. Und wenn du das erfassen kannst, dann begleitest du einen Menschen ein Leben lang. Das ist doch spannend. Das ist mega spannend. Und vor allem sieht man ja eben da auch wieder die Evolution. Wenn wir nochmal zurückgehen zur Transaktionsanalyse. Was würdest du dir wie, also du hast das theoretische Wissen und hast es jetzt aber auch über mehrere Jahre, Jahre und schon bald Jahrzehnte auch wirklich angewendet. Was ist der Tipp, der theoretische und aber auch der operative für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie maximal was davon profitieren können? Es ist ja im Prinzip ein kommunikationspsychologisches Basiswissen, was da ist. Das ist wie Autofahren, sage ich mal. Wenn du über die Mechanismen, die immer wieder gleich sind, Bescheid weißt, kannst du sie einfacher akzeptieren und kannst sie gestalten. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von all diesen Geschichten, wenn du ein bisschen Kommunikationspsychologie machst, ob das jetzt für Instagram ist oder für ein Team, Mensch zwischen Mensch, ob wir zwei diskutieren oder ob zwei Staaten miteinander diskutieren, der Mechanismus ist immer der gleiche. Und wenn du den verstehst, ist es viel einfacher, damit umzugehen. Und was ist das Learning? Was sollen sie machen? Sie sollen sich ein Buch kaufen. Lesen. Lesen ist immer noch das Beste. Und dann, wie gesagt, ich kaufe mir immer noch immer wieder Bücher, lese die durch, schreibe die voll, mache mir meine Gedanken, weil das führt mich dazu, immer wieder mich neu zu definieren, aber zurückzuschauen und nach dem Warum zu fragen. In der Staffel 1 war Dani Ruf beispielsweise da, der strukturiert seinen Tag unter anderem auch, weil er sich dediziert, eine Stunde auch Zeit nimmt. Und davon sind irgendwie 10 Minuten Podcasts, 10 Minuten Videos schauen und irgendwie 40 Minuten Buch lesen. Hast du auch sowas? Ich bin eher prozessorientiert. Ich bin da mehr der Code. Das heißt, ich lasse mich ein bisschen floaten, aber ich lese nicht mehr wie dreimal am Tag E-Mails. Weil sonst bist du nur permanent dran und kommst nicht vorwärts. Also gewisse Sachen, gewisse Strukturiertheit musst du haben. Ganz früher, wie ich noch nicht so viel zu tun habe, habe ich einen halben Tag pro Woche gehabt, um einfach nur etwas Neues zu finden, etwas Neues zu machen. Und jetzt bin ich immer noch dran am Aufzuarbeiten, was ich damals mir an Ideen gesammelt habe eigentlich. Welches ist der wichtigste Tipp für Handwerker und andere Quarfeuzen oder Quarfeure, den du weggeben kannst, gratis, frei, Franco? Liebe deinen Beruf, das ist das Wichtigste. Mach das, was du machst, gerne oder mach es so, dass du es gerne machst. Weil sonst ist es nur wie in einer Fabrik arbeiten. Das ist langweilig. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, nicht nur Bedürfnisse abzuarbeiten, sondern Geschichten mit den Kunden zu machen. Mach es so, dass du ihn gerne magst. Kannst du das ein bisschen ausformulieren? Ja, ich sage immer, jeder hat die Kunden, die er verdient. Und Friseure, die über ihre Kunden ablästern, machen definitiv was falsch. Also das heißt, wenn du Menschen gerne hast und mit denen gerne arbeitest, dann nachher kannst du dein Umfeld so gestalten, dass es für dich stimmt. Weil die machen dann das auch, was du willst. Sprich, deine Arbeitszeiten, wenn du halt nur vier Stunden am Tag arbeiten willst, dann kommen die auch für den vier Stunden und du musst nicht 100 Prozent nur für die da sein. Also dieses sich aufopfern, was früher immer als oberste Maxime war, das gilt nicht mehr. Sondern du musst im Prinzip diese Leidenschaft, wenn du mit Leidenschaft etwas machst, musst du es nicht mit Leiden schaffen. Weil Leidenschaft schafft Leiden, kaum zu vermeiden, früher oder später, oder? Naja, wenn du es nur so machst, dann ist klar. Also das heißt, du musst immer wieder den Mut haben, vielleicht etwas zu verändern, damit du dich weiterentwickeln kannst. Den Raum auch dafür zu schaffen. Wie schafft man einen Raum? Indem, dass man immer wieder ein Projekt, das man auch gerne macht, zu Ende bringt und was Neues anfängt. Ist das heutzutage ein Problem, dass ganz viele sprunghaft werden und Projekte nicht durchgezogen werden? Oder warum sagst du das so explizit? Ich sehe ganz viele Projekte, die einen guten Ansatz haben und die einfach versanden. Wo Leute etwas anfangen und wenn es nicht gerade funktioniert, wird es gerade wieder abgeschossen. Also ich glaube halt schon, Durchhaltewillen, Kontinuität im Handeln sind extrem wichtig. Also anpacken, durchziehen. Empel hochkrimpeln und selber machen. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Hey, jetzt hat gerade die Uhr umgeschalten auf eine Stunde. Es geht schnell. Hey, es geht so wahnsinnig schnell. Habe ich noch irgendwas vergessen, wo du wahnsinnig gerne drüber sprechen wirst? Oder einen Tipp, den du mitgeben wollen würdest, wo wirklich ganz viele Menschen davon profitieren könnten? Ich glaube nicht, dass man es auf einen Tipp reduzieren kann, aber ich glaube, wenn es gerade jetzt darum geht. Dann gib uns drei. Also etwas wesentlich wirklich, denk in Geschichten. Ich finde, das ist das Wichtigste. Finde ich auch. Weil eine gute Geschichte, die will man sehen und mit einer guten Geschichte bist du immer dabei. Und wer eine Anekdote hat oder irgendwas zu erzählen hat, dem hört man gerne zu. Und wenn es halt ums Geschäft geht, ist genau das, was die Leute wollen. Und es geht nie um den Preis. Und du bleibst in Erinnerung. Du bleibst in Erinnerung, genau. Weil sie es ja wieder weitererzählen kann. War das der erste und der einzige oder hast du noch einen zweiten? Ich glaube, da sind schon mehrere drin. Und halt eben, wie gesagt, muss immer bereit sein, die Ärmel hochzukrempeln und das Zeug selber anzufassen. Also ganz wichtig. Ja, und den vorher fand ich schon auch ganz wichtig. Wie Frank Baudin auf seinem Buch Do it with love and love what you do. Ja. Oh, einfach? Ganz einfach. Ganz einfach. Nur was du mit Leidenschaft machst, kann funktionieren. Alles andere schafft leiden oder ist einfach nur mühsam und macht krank vor allem. Das ist auch immer so. Hey, ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst. Marc, hat mir echt einen Riesenspaß gemacht. Möchtest du noch irgendwem danken oder einen Gruß sagen? Nein, ich bin nicht so der Riesenspaß. Okay. Hey, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Ich danke dir von Herzen fürs Zuschauen. Unten in der Description gibt es alle Social Links, aber auch den Link, wo du dich bei, wenn die Haare wieder länger werden, es muss nicht unbedingt ein Mallet sein, deine Haare schneiden lassen kannst hier bei uns in Zürich. Er ist auch immer wieder international unterwegs, wenn es dann so Corona zulässt. Also könnte es auch gut sein, dass du ihn vielleicht in Deutschland oder in Österreich, es gibt ja auch einige aus Österreich, Freunde von mir, die hier zuschauen, auch dort kann man den Marc Menden immer wieder mal treffen, Hallo sagen und ein Bierchen miteinander trinken. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Schreib mir doch die Gedanken in die Kommentare, auch wenn du noch nachfolgende Fragen hast oder einen Tipp von Marc wollen würdest, auch dort kannst du es reinschreiben und ich schaue, dass die Antwort dann kommt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei allem, was du tust und ja, denk in Stories and do what you love and love what you do. Bye, bye. Tschüss.